Endlich gibt es Neuigkeiten zu einem der neuen Star Wars Spiele, die bald kommen werden. Und zwar geht es diesmal um den Star Wars First Person Shooter, der auch bei Respawn Entertainment, also den gleichen Entwicklern wie Star Wars Jedi Survivor, gemacht wird. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Respawn Entertainment ist momentan an der Entwicklung von drei Star Wars Spielen beteiligt. Und zwar einmal Jedi Survivor, dann das Star Wars First Person Shooter Spiel, worüber wir jetzt hier reden werden. Und es gibt auch noch ein bisher unbetiteltes Strategiespiel. Bis jetzt wussten wir so gut wie gar nichts über diesen First Person Shooter, außer dass es halt ein First Person Shooter sein soll, also in der Ego-Sicht spielt. Jetzt gab es aber wieder mal bei Respawn Entertainment ein paar neue Joblistings, das heißt Stellenangebote, wo sie explizit gesagt haben, was gesucht wird. Und dort gab es auch eine Stelle für jemanden, der dann beim Star Wars First Person Shooter Spiel mitarbeiten soll. Der Text verrät, dass es sich um einen AAA First Person Shooter halten soll. Das heißt, es wird wohl ein großes Budget in das Spiel reinfließen. Es soll wirklich was Großes werden. Das Ganze wird gestaltet mit der Unreal Engine 5 und wird damit wohl das erste Spiel sein von Respawn Entertainment, was mit der neuen Unreal Engine 5 gestaltet wird. Und dann dementsprechend natürlich auch die Technologie davon ausnutzen soll. Und jetzt kommen wir zum interessanten Part, denn es soll inspiriert sein von alten Klassikerspielen wie Star Wars Dark Forces und der Jedi Knight Reihe, beziehungsweise Jedi Knight Dark Forces 2 wird hier explizit genannt. Und welche Spiele sind die wirklich mittlerweile schon was auf dem Buckel haben? Ihr seht gerade ein bisschen Gameplay davon. Ich für meinen Teil habe bisher davon nur den zweiten Dark Forces, beziehungsweise Jedi Knight Teil gespielt und den fand ich richtig, richtig gut. Des Weiteren wird wohl gesagt, die Story soll wohl im Vordergrund sein. Es ist wohl ein Story-Driven Singleplayer-Game, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil ich mir natürlich irgendwo ein Multiplayer erhofft habe. Ob jetzt dadurch wirklich komplett alle Multiplayer-Hoffnungen gestorben sind für das Spiel, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Es wirkt auf jeden Fall so, dass der Singleplayer doch dann schon im Vordergrund steht. Und wer sich mit der Jedi Knight Reihe auskennt, der weiß, da sind nicht nur irgendwo Blaster relativ wichtig und auch Lichtschwerter relativ wichtig, sondern auch in irgendeiner Form die Macht. Das war auf jeden Fall auch ein großer Bestandteil, dass man dann quasi in dem Spiel die Macht nutzen konnte, verschiedene Machtkräfte nutzen konnte, teilweise dann in den Nachfolgern auch dunkle und helle Machtkräfte nutzen konnte, wie beispielsweise den Würgegriff oder die Machtblitze. Und die Story der Spiele war halt auch echt super. Bisher sind das tatsächlich dann aber auch schon alle Informationen, die wir aus diesem Droplisting ziehen können. Natürlich steht dann da noch dabei, dass wir das bestmögliche Spiel abliefern wollen und Spielern die beste Erfahrung bieten möchten. Also diese typischen Sätze, die man das häufigeren in sowas hört. Aber sonst haben wir leider keine weiteren Informationen bekommen. Auch der Name des Spiels ist bis jetzt komplett unbekannt. Wie gesagt, es schaut wohl so aus, als wäre es ein First-Person-Shooter mit der Unreal Engine 5. Sehr story-driven und anscheinend wohl auch only Singleplayer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da wohl rauskommt. Respawn Entertainment in den letzten Jahren auf jeden Fall mit die fähigsten Entwickler, die irgendwo was mit Star Wars am Hut hatten. Von daher bin ich natürlich gespannt und halte euch weiterhin auf dem Laufenden. Das war es aber mit diesem kleinen Video dazu. Vielen, vielen Dank natürlich fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao! Ciao!